Also Bokkyoho, das heißt wortwörtlich Atemtechnik. Nicht so drücken, sondern hier die Daumen nutzen. Dann ist das hier genau drauf gelegt. Und jetzt hier bei diesem Menschen, jetzt geht sein Arm bis dahin. Und der Arm, nur dass dies sehen wird, sein Arm geht jetzt noch bis dahin vom Gefühl, weil sein Gefühl an diesen Berührungspunkt geht. Das Gefühl von ihm kommt nach dort. Wenn man es so entfernt macht, ist es nicht gut. Dann ist seine Hand kurz, sein Arm kurz. Schon hat sich sein Gefühl verändert.